Hallo, mein Name ist Manuel Blechschmidt. Ich habe wieder neue Daten bekommen zum Thema Intensivbetten aus Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen. Und in diesem Video möchte ich auf zwei Fragestellungen eingehen. Die erste Fragestellung ist, wie lange dauert eigentlich noch die ganze Corona-Krise? Und die zweite Fragestellung ist, was könnte man möglicherweise tun, um die Bettenauslastung zu verändern? Was man jetzt aktuell sieht, ist, ich habe eine kurze Simulation für das Land Deutschland auf dem Covid-19-Szenario-Rechner vom NEA-Lab laufen lassen. Und was man hier jetzt sieht, dass wir bei unserer Bevölkerung von ungefähr 83 Millionen und einen starken Mitigation, also wirklich eine starke Zurückhaltung von sozialen Kontakten, dass ich dann die Simulation bis 30. April 2021 habe laufen lassen. Und hier in diesem Feld sieht man jetzt die Fallzahlen. Und was man hier auch aktuell sieht, ist, dass die Leute, die infiziert sind, mit den wirklichen Infizierten sehr gut übereinstimmen. Also diese Vorhersage scheint hier recht gut zu sein. Und auch hier unten, was die Todeszahlen angeht, die scheinen auch durchaus recht, recht genau zu sein. Also momentan haben wir ein paar mehr Tote als vorhergesagt, aber das ist alles in Ordnung. Und was man hier jetzt sieht, ist, dass die Corona-Pandemie in zwei Wellen verläuft. Und das ist momentan eine Sache, die ist für mich neu. Und das habe ich auch bis bisher noch nicht irgendwo feststellen können, dass wir, wenn wir es schaffen, jetzt erstmal dafür zu sorgen, dass unsere Krankenhäuser nicht überlastet sind. Und dass ganz normal die Leute, die Covid-19 bekommen, dass sie wieder gesund sind. Dann kann es durchaus passieren, das ist das, was momentan die epidemischen Modelle voraussagen, dass wir, wenn es gerade abflacht, dass es dann gerade wieder losgeht. Also das ist jetzt eine Sache, das müssen wir jetzt in China beobachten, ob der ganze Spuk dort vorbei ist oder ob es möglicherweise wieder losgeht. Ich meine, die große Hoffnung ist, es ist ein Impfmittel, das ist auch das, woran geforscht wird. Und auch, das ist auch durchaus realistisch, dass das halt Anfang 2021 kommt. Also dann, wenn genau die neue Welle einsetzt, also zu diesem Zeitpunkt hier, Ende 2020, dann ist wahrscheinlich auch ein Impfmittel steht dann zur Verfügung. Was man hier halt auch ganz klar sieht, ist, dass wir wirklich erst am Anfang stehen. Also wir sind hier vorne, also wir sind hier am 25.03., das ist heute und wir sind hier ganz am Anfang. Und dieses Modell zeigt, dass die Zahlen, die infizierten Zahlen, dass sie noch ungefähr mindestens, oder dass sie ungefähr einen Monat lang steigen, bis Mitte Mai. Und ab Mitte Mai bleiben sie recht konstant, gehen ein bisschen zurück. Aber was dann halt auch wieder irgendwann passiert ist, dass die Zahlen dann zurückgehen und dann nochmal steigen. Und diese Wellenbewegung, die hat man zum Beispiel auch bei der spanischen Grippe beobachten können. Also die spanische Grippe kam in drei Wellen. Wie das im exakten Detail passiert ist, kann man bei der spanischen Grippe nicht mehr genau sagen. Es ist aber durchaus so, dass man diese Wellenbewegung in der Vergangenheit schon beobachtet hat. Und dass auch die entsprechenden Modelle diese Wellenbewegung vorhersagen. So, jetzt kommen wir zu meiner Simulation der Krankenhausbetten. Hier ist es auch so, wenn ich hier, ich habe hier jetzt auf Landesebene simuliert. Also ich habe für jeden Landkreis in Sachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Mecklenburg-Vorpommern, habe ich diese Simulation laufen lassen. Und wenn ich hier zum Beispiel auf Intensive Total klicke, dann sieht man hier diese gleiche Wellenbewegung. Also das Modell auf Landkreisebene funktioniert genauso wie auf Landebene. Und man sieht hier zum Beispiel auch, dass wir wirklich bis Mitte Oktober brauchen, bis wir die große Fallzahl überwunden haben. Und dann müssen wir anfangen zu impfen. So, was ich jetzt einfach mal mache ist, jetzt lasse ich das einfach mal laufen. Und es ist wieder so wie bei der ersten Simulation. Dann, wenn die Bubbles von grün nach weiß springen, dann ist die Krankenhauskapazität in dem entsprechenden Landkreis aufgebraucht. So, jetzt sieht man hier schon, dass am 16. April ist in Nordrhein-Westfalen so gut wie alles voll. In Sachsen geht es noch. Rheinland-Pfalz hat auch schon größere Herausforderungen. Hier oben in Mecklenburg-Vorpommern, hier ist es noch gemütlich. Also zum Beispiel hier in Vorpommern-Greifswald, konkret ist es so, die haben eine Bettenkapazität von 163. 163 und davon werden halt nur, also genau, also 32 Betten stehen für Corona-Patienten zur Verfügung. Und aktuell ist es halt so, dass nur 1,4 Leute ein Bett brauchen. Und hier zum Beispiel auch um Schwerin rum ist es halt so, dass ungefähr, die haben 14,8 Betten, die potenziell zur Verfügung stehen. Und da werden zwei gebraucht. Und man sieht jetzt hier, man sieht echt eine starke Last auf Nordrhein-Westfalen. Das kann auch durchaus damit zusammenhängen, dass das in Heinsberg, dass es da losging und dass einfach da wirklich ganz, ganz viele Intensivbetten gebraucht werden. Und jetzt sieht man so, Ende Juli gehen die Zahlen langsam zurück und dann entlastet sich wieder das Gesundheitssystem. Und was man hier in dieser langen Simulation von neun Monaten auch sieht, dass es irgendwann jetzt wieder losgeht. Also jetzt sieht man wieder, dass das ungefähr im Oktober die Zahlen auf einmal wieder steigen. Und was sogar das Gemeine ist, dass es durchaus das Risiko gibt, dass diese zweite Welle, wie man hier hinten gesehen hat, dass die sogar noch stärker wird als die erste Welle. Die gute Nachricht ist, höchstwahrscheinlich haben wir an der Stelle dann eine Impfung. Und was auch nochmal wichtig ist, ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, das sind alles nur Modelle und Simulationen, die einfach nur versuchen, die Zukunft vorherzusagen. Aber die Zukunft vorherzusagen ist leider nicht so einfach. Deshalb geht es mir vor allen Dingen darum, Entscheidern ein mögliches Szenario anherzugeben auf möglichst konkreten Daten und dieses Szenario auch immer wieder zu aktualisieren. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.